...wohnung und probieren und verbieten mit Gesundheit. Nein, danke. Gesundheit ist kein wachsender Markt, sondern eine wachsende Herausforderung. Vor allem keine Warte. Gesundheit ist ein menschliches Blut. Und somit sollte daraus kein Blut geschlagen werden. Es braucht eine gerechte Finanzierung statt Gewinnmarkt zu gehen. Das sehen wir genauso. Aber auch mit unserer Lohn und unserer Arbeit beträgt. Und die unmittelbaren Maßnahmen, wenn uns hilfreiches Blut unter die Arme bleiben. Doch wir erhalten hier konkretische politische Maßnahmen, wenn wir kein Mitsprachrecht mit Witten sind. Wir und unsere Kabinettinnen sind doch die Experten. Also sollte man doch statt zu fahren, um was mit uns zu sprechen. Wir fordern mehr politisches Blutstraßenrecht. Stimmt, wenn wir so in den Gesetze höhere Gründen und zu hören werden, können wir auf unsere Kernforderungen, unsere Traum einheben und für eine Traum werden. Dafür müssen wir uns schon selbst stark machen und uns Gehör verschaffen. Deshalb sind wir auch an hier. Dass Sie wissen, Wichtigkeit, Gesellschaft, Leben und allem und mittelst an der Katastrophe. Wir haben eine enorme Verantwortung und müssen immer auf den aktuellsten wissenschaftlichen Verstand arbeiten. Wir benötigen deshalb eine Vor- und Weiterbildungsordnung. Wir werden jetzt noch nicht über eurem Netzwerk machen, dass ich mit unserer Netzwerk befordert bin. So was aber auch ist, ich bin immer mehr und mehr am Realisieren, dass wir tatsächlich die gleichen Brotstätten sind. Bei uns geht es nämlich auch darum, wie ganz basiert zu arbeiten und zu betreuen und nicht mehr unnötig zu intervenieren. Wir wollen unsere Frauenstärken, Menschen und Wertefamilien empowernd betreuen können. Wir stehen jetzt hier zusammen. Lass uns uns gegenseitig empowern. Wir sind jetzt schon so ein Händler.